Die internationale österreichische Alpenfahrt Klassik Rallye darf neuer als 1973 sein, das letzte Jahr der historischen Alpenfahrt. Ich fahre mit einem Mercedes, was habe ich mit einem Mercedes? Die Alpenfahrt ist die ölteste Rallye, das weiß ich. Aber ich glaube, mein Auto ist Baujahr 57, das ist alles, was ich weiß. Dort und Ziel der 1000 Kilometer langen Strecke ist das idyllische Örtchen Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Auch wenn es bei einem normalen Rennen um Geschwindigkeit geht, hier geht es eher um Präzision. Es gibt 25 Sonderprüfungen. Zum Beispiel muss man auf gewissen Streckenabschnitten verschiedene Durchschnittsgeschwindigkeiten einhalten. Wer das nicht schafft, verliert Punkte. Die Gewinner kamen schließlich aus Österreich. Mit einem Alfa Romeo 2000 GTV konnten Dr. Rainer Simak und Magister Georg Simak aus Wien den Sieg einholen. Man hat hier jede Menge Konkurrenten, die ihr Geschäft verstehen, altgediente Hasen, viele Profis. Und das sind in Österreich sicher mehrere Dutzende. Und gegen die zu bestehen bei dieser Rallye, das ist etwas ganz Besonderes. Rallye Vielen Dank.